Lieber Landeshauptmann Dr. Erwin Brölln. Erwin. Martin. Danke. Danke dir. Danke, dass du einer der wenigen Politiker in diesem Land bist, die das große Ganze sehen. Das Big Picture. All die Behindertenvertreter und Behindertensprecher der Parteien, die jetzt ihre Blindenstöcke anspitzen, die Hörgeräte auf Halbton stellen und die Akkus extra aufladen, damit sie alle gemeinsam nach Niederösterreich stürmen können, um dir die Hölle heiß zu machen. Für das, was du gestern in der Pressestunde gesagt hast. Die haben alle keine Ahnung. Die verstehen dich nicht. Aber ich tue das, okay? Und ich werde jetzt dir helfen, damit die dich auch verstehen. Denn ich werde jetzt eine Geschichte erzählen, eine wahre Geschichte und nicht als die Wahrheit, was mir dieses Wochenende passiert ist. Am Samstag, meine Freunde, ich liebe sie alle, haben nicht dazu überredet, wieder mal in den Club zu gehen. Ja? Shaken und so. Party! So. Also, was ist passiert? Wir sind in der Loft geendet. Am Gürtel. So ein Lokal. Ich sage nur... Erstens, der Eingang. Ohne Stufen. Nicht wirklich barrierefrei, aber die 3 riesen Securities haben total nett die Tür aufgemacht und ich konnte reinfahren. Ohne Probleme. Und drinnen ist eine Ebene mit hohen und niedrigen Tischen, wo man gemütlich sitzen kann. Eine Bar. Und was war neben der Bar? Was war neben der Bar? Eine Behindertentoilette! What? Wirklich! Riesengroß! Es waren zwar Bierbänke und Bierfässer drin, aber es war aber noch Platz, dass ich reinfahren konnte. Und was bedeutet das? Was hat das bedeutet? Ich sag's euch! Ich musste zur Bar gehen, einen Zimtonik kaufen, meinen Freunden zurück zum Tisch gehen, darf mir in den Trinken, dann aufs Klo gehen, dann nachher einen Zimtonik kaufen, wieder zurück in meinen Freunden, wieder quatschen, dann nachher Pinkel gehen, dann weiter trinken, wieder quatschen, dann nachher einen Zimtonik, dann nachher Pinkel gehen. Und dann war es 6 Uhr morgens und ich wollte nach Hause gehen und ich musste nachher Pinkel gehen. Und bevor wir gegangen sind, bin ich noch einmal Pinkel gegangen und dann bin ich noch einmal am Jägermeister gegangen, und dann bin ich nach Hause gegangen, dann bin ich nach Hause gegangen und der ganze Sonntag war weg! Der ganze Sonntag war weg! Weil ich musste mich erholen! Und da hatte ich noch Glück! Ich hatte noch riesenglück! Warum? Weil! Dieses Loft hat im Keller und im ersten Stand noch zwei Dancefloors mit wilder Musik! Wo sich die Leute schwitzend tanzen und wenn ich da auch noch gewesen wäre, wenn ich da auch reinfahren hätte können, wenn es einen Treppenlift gegeben hätte oder irgendeine Lampe, dann hätte ich da mitmachen müssen! Ich hätte getanzt und die anderen über die Füße gefahren! Ich hätte noch mehr Alkohol getrunken und vielleicht hätte ich sogar Drogen genommen und was wäre passiert? Ich wäre am Behinderten-Klo gelandet mit einem Mann und hätte ungeschützten Sex gehabt unter Drogenanfluss! Das wäre passiert! Ja! Und! Erwin! Du verstehst das einfach! Das ist das große ganze Inbüt! Damit mir sowas nicht passiert und andere Behinderten, willst du nicht, dass die Lokale barrierefrei werden? Und ich verstehe das! Abgesehen davon! Seien wir uns ehrlich! Wir Behinderten haben ja gar nicht das Geld dazu, in die Wirtshaus zu gehen und unsere Schnitzel und eine Cola zu kaufen! Das Ganze kann ich nicht leisten! Wir kriegen vom Staat nicht mehr genug Geld, um aus dem Bett zu kommen! Oder auch in der Woche die Wohnung zu verlassen! Und wenn wir Geld haben möchten, damit wir sie für Schnitzel und Cola ausgeben können, hallo, dann müssen wir arbeiten! Und Erwin, du weißt das! Du weißt das! Weder Schulen noch Universitäten sind barrierefrei! Oder die wenigsten zumindest! Also können wir uns gar keine Qualifikationen aneignen! Denn, und da sind uns auch alle einig, wir Behinderten können keine Mülleimer auslernen, Stiegenhäuser putzen oder Landdiskotheken als Securities bewachen, oder? Nein! Wir brauchen Bildung! Damit wir irgendwas mit unserem Kopf machen können! Und die gibt's nicht! Nicht in diesem Land! Nicht für uns Behinderte! Und Erwin, du verstehst das! Du hast das Problem ganz genau präzisiert, vielleicht nicht so gut verkauft, aber du hast es verstanden! Und das haben all diese blinden, tauben, mental beeinträchtigsten, mobilitätseingeschränkten Krüppel einfach nicht kapiert! Und ich sag's euch Leute! Wenn's mehr Menschen wie den Erwin gäbe, dann wären wir viel besser aufgehoben! Und noch eins sag ich euch! Wenn der Michi Häupe nur halb so ein Mann war, wie der Erwin brüllt, hätte ich den ganzen Sonntag über nicht Kopfweh gehabt! So schaut's aus! So! 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 Untertitelung des ZDF, 2020